Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, ich bin's wieder, euer EasyStyle mit dem nächsten Community-Push-Video. Die nächste Promotion geht weiter und ja, ich hab wie immer einen neuen Gast, stell dich doch mal bitte vor. Äh, hallo, ich bin der Keller Glotz, oder Glotzi, was auch immer. Wie auch immer. Ähm, ja. Okay, und wie geht's dir so? Ähm, ja, alles gut. Wirklich alles gut? Alles, alles perfekt. Ja, alles. Und freust dich dabei zu sein? Ja, endlich mal nach 100 Jahren, ne? Ja, aber wenigstens kommt auch jeder dann dran. Hm, man muss den mal so sehen. Jo, äh, du könntest noch meinen Zuschauern sagen, was du mir eingesendet hast als Video. Äh, ein Team Fortress 2 Gameplay. Mega schlecht. Mega schlecht, was soll das heißen? Äh, naja, war keine gute Runde. Okay. Wenigstens brennt alles im Hintergrund grad, was ich hier sehe. Den ganzen Gegner. Ja, gut. Jo, fangen wir gleich mit dem Interview an, oder? Ja. Gut, die erste Frage, äh, Name deines Kanals, kannst du ja nochmal sagen. Und wie kamst du auf deinen Namen? Äh, Kellerglotz, da kam ich drauf. Die Let's Plays aus dem Keller, äh, weißt du? Ja. Ich wohnte ja damals, ich wohnte ja damals im Keller, und, also damals, jetzt nicht mehr, jetzt wohne ich im siebten Stock. Ähm, naja, und da hab ich so gedacht, ja, Keller, Glotzi, Glotz, weißt du? Let's Plays, Glotzi. Okay. Und dann, ja. Was haben wir da, Keller-Süchtling? Hast du dich eingesperrt im Keller, damals? Ja. Ja. Ah. Hast du mich eingewunkert? Uh, jetzt geht's nicht mehr. Nee. Bin ich im siebten Stock. Ah. Ah. Aber. Aber, 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 aber. Hattest du überhaupt Fenster? Hahahaha. Naja, egal. Grad zur zweiten Frage rüber. Was machst du genau auf deinem Kanal? Ja, äh, Let's Plays. Let's Plays, einfach alles. Let's Plays. Let's Plays. Nur Let's Plays? Oder auch andere Sachen? Ja, Infovideos und Let's Plays und Trashvideos und, keine Ahnung, Movies und irgendwelchen Games oder sowas oder Commentaries ab und zu mal. Und Let's Plays, nicht zu vergessen, oder? Und Let's Plays, ja. Genau. Also Let's Plays ist Let's Plays halt. Ja. Jo, dann gleich zur dritten Frage. Da können wir ja ein bisschen weiter ausatmen, die Frage. Wie aktiv bist du auf deinem Kanal? Aktuelle Projekte? Äh, aktuelle Projekte habe ich, ähm, The Walking Dead und, 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 und. Minecraft, das werde ich aber bald abbrechen. Also Minecraft. Da kommen aber noch tausend Milliarden Projekte. Und, ähm, wie aktiv ich bin, ja, also unter der Woche, Montag bis Freitag, lade ich Parts hoch, am Wochenende halt nicht. Beziehungsweise spontan bin halt, wenn ich irgendwas hab. Ah, okay. Und warum, Ben, ist Minecraft? Weil, äh, ich andere Projekte vorhab und so viele Projekte will ich mir nicht so, ne? Keine 10 Projekte? Weil, ne, ne. Keine 9? Ne, das wäre zu viel. 7? Noch nicht. 6? Hahaha. Okay. Denn zur vierten Frage. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? Äh, ja, aber, ja, wat wohl? Noch mehr Let's Plays, ey, mein Gott. Also nur Let's Plays, mehr nicht. Hahaha. Ja, Let's Plays von 1000 Games, Singleplayer Games, Multiplayer Games, Let's Play Together, was weiß ich, alles. Also, was, ähm, 80% von YouTube ausmacht. Pff, alles, wie gesagt. Alles. Von Schultern bis zu Lernspielen, weiß ich doch nicht. Barbie's Dream World und so spielt er auch gerne. Ja, 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 genau, genau. Alles. Später einfach alles. Ja, alles. Alles, müsst ihr mal vorbeischauen. Auch Mädels, schaut vorbei. Er spielt auch Mädchenspiele. Hahaha. Sonst noch irgendwas geplant in Zukunft? Ja, My Little Pony auf jeden Fall. Nee, ähm, ja. Na, kanalmäßig. Community-mäßig. Community-mäßig, ja. Specials, alles halt. Ne? Oh, yeah. Okay. Dann ab zur fünften und letzte Frage. Gamescom 2014, bist du dabei? Nee, leider nicht. Okay, zweit weg. Keine Zeit? Ja. Keine Zeit und zu weit weg. Oh, beide sogar noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Okay. Warst du schon mal dabei? Äh, nee, aber nächstes Jahr hatte ich vor, äh, hingezogen. Da, war sie hinten, ne? Ja, schauen wir dann. Jau, dann war es das mit dem Interview. Äh, hast du noch irgendeine Frage an mich? Äh, pff, keine Ahnung. Äh, waren deine ersten Videos auch so, äh, unprofessionell? So, mega schlecht? Meine ersten Videos, nur mega schlecht? Hahaha. Äh, ohne Mikrofon, ja. Ah, was? Okay. Da hatte ich ja noch, äh, kein Mikrofon wie jetzt, sondern hab ich mit Headset aufgenommen. Noch ganz, 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 ganz am Anfang. Ja, super. Vor 500 Millionen Videos. 500 Millionen. Ja. 357, oder? Ja, genau. Gut, dann hab ich aber auch noch eine Frage an dich, da ich ja kein Minecraft-Spieler bin. Äh, warum du Minecraft spielst? Frage jeden Minecraft-Spieler. Das Spiel, naja, gucken halt viele Leute immer noch und das zieht auch wirklich, äh, Zuschauer an, weil, ich hab mittlerweile, also ich muss ehrlich gestehen, ich mach's natürlich auch wegen den Zuschauern und es gefällt auch mehr Leuten. Zum Beispiel The Walking Dead guckt einfach keine Sau, weil, keine Ahnung, das gucken man einfach von besseren Leuten. Und Minecraft, da passieren noch spaßige Dinge und, ja, äh, das gucken auch schon mehrere Leute. Okay. Auch, auch so, ja, Walking Dead ist aber eigentlich ein geiles Spiel, auch von der Serie her. Aber es gucken halt eigentlich meistens eher die, die, wo es sich interessieren. Das ist meistens immer weniger Leute. Leider. Ist ja auch bei anderen Spielen so. Ganz normal. Die großen Spiele werden halt mehr angeschaut, wie die kleinen Spiele. Ja, Minecraft hat halt eine hohe Reichweite. Ist so wie COD. Ja. Vergleich das mit einem anderen Shooter. Ja. Hat man halt auch verloren. Aber was sind wir großen Machen? Oh, okay, dann war's das mit dem Community-Push-Video für heute. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Äh, bleibt geschmeidig. Keine Ahnung. Ja. Fertig. Oh, yeah. Bleibt geschmeidig. Dann würde ich mal sagen, das war's. Geht bei diesem Keller-Glotti vorbei, der jetzt nicht mehr im Keller wohnt, sondern im siebten Stock. Schaut bei ihm vorbei. Der Link unten in der Videobeschreibung als erstes, wie immer, geht vorbei, unterstützt den Kerl, hilft ihm. Und ja, soll ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Community-Push-Video. Wir sind raus. Ciao, ciao. 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 Ciao.